In diesem Video will ich dir das beste Tool vorstellen, um mithilfe von KI Präsentationen zu erstellen. Das Tool heißt Gamma und es hat mich mit seinen Funktionen und seinen Möglichkeiten wirklich überrascht. Und ich finde man kann wirklich sehr gute Präsentationen damit erstellen. Das Ganze könnte sogar schon PowerPoint Konkurrenz machen. Wie genau man mit diesem Tool Präsentationen erstellt, das werde ich dir in diesem Video vorstellen. Wir sind jetzt hier auf der Webseite von Gamma. Man kann sich hier ganz einfach einloggen. Das geht entweder mit der E-Mail oder mit einem Google Account. Und nachdem man sich eingeloggt hat, kommt man zu dieser Startseite hier. Um eine neue Präsentation zu erstellen, gehen wir hier auf Create New AI. Wir haben hier die Option anhand von Text neue Präsentationen zu erstellen. Das heißt, wenn man beispielsweise einen Text zu einem bestimmten Thema hat und das in eine Präsentation verwandeln will, kann man diese Option hier gut nutzen. Wir können auch ganze Dateien hier umwandeln in Präsentationen. Das heißt, hier fügt man dann die Dateien ein und die werden dann als Referenz genommen für die Präsentation. Man hat auch die Möglichkeit, mithilfe von KI eine Präsentation zu generieren. Das werden wir in dem Fall auch machen. Und das bedeutet, man kann nur mithilfe von einfachen Eingaben innerhalb von wenigen Minuten eine komplette Präsentation erstellen. Ich will in dem Fall mal die KI-Variante aus. Schon kommen wir zu einer neuen Seite und wir können wieder verschiedene Sachen einstellen. Neben Präsentationen kann man auch noch Dokumente kreieren oder auch Webseiten. Das ist auch eine Möglichkeit hier bei Gamma. Meinen Tests nach funktioniert aber diese Präsentationsgenerierung hier am allerbesten. Und deswegen werden wir das auch jetzt am Anfang testen. Man gibt eben hier die Anzahl der Karten an. Das bedeutet die Anzahl der Folien, die in der Präsentation enthalten sein sollen. Und die Sprache kann man auch angeben. Wir wählen in dem Fall natürlich Deutsch. Jetzt wähle ich eben noch die Folien aus. In dem Fall sage ich mal, ich will eine Präsentation mit 6 Folien. Jetzt beschreibe ich eben mit einem einfachen Prompt, was die Präsentation enthalten soll. Hier kann man alles mögliche angeben, was man eben gerade braucht. Ich gebe in dem Fall mal einen einfachen Prompt an. Und zwar erkläre mir KI. Und jetzt sollte eben eine Präsentation mit 6 Slides auf Deutsch kreiert werden, die mir dieses Thema erklärt. Zuerst einmal haben wir eine Outline bekommen mit den verschiedenen Slides. Hier steht schon eben, was die Überschrift von den Slides wäre. Hier kann man das Ganze immer noch anpassen, wenn man will. Wenn es einem eben nicht gefällt, man kann das Ganze verschieben. Nach oben, nach unten. Wenn einem die Reihenfolge nicht gefällt, man kann unten auch noch weitere Karten hinzufügen. Wenn man zum Beispiel sagt, man will noch ein bestimmtes Thema mit integrieren. Also hier ist wirklich alles mögliche machbar. Bei den Einstellungen kann man noch mehr Dinge einstellen. Und zwar kann man einstellen, wie viel Text auf den Folien jeweils enthalten sein soll. Der kann kurz sein, Medium oder detailliert. Ich will in dem Fall mal Medium aus. Wir können auch noch auswählen, wo die Bilder herkommen. Entweder aus der Bildersuche im Internet. Oder wir können KI-Bilder generieren lassen für die Präsentation. Das wählen wir in dem Fall auch aus. Jetzt können wir noch den Image-Style wählen. Also wie die Bilder genau aussehen sollen. Man kann beispielsweise die Farben beschreiben, den Stil oder die Stimmung. Ich lasse es in dem Fall einfach mal so und gebe keine bestimmten Anweisungen. Im Advanced-Mode hier kann man dann noch mehr Dinge anpassen. Man kann zum Beispiel die Zielgruppe wählen, an wen die Präsentation gerichtet sein soll. Ich mache in dem Fall mal Business. Wir können den Ton der Präsentation wählen. In dem Fall soll er eben Academic sein. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal so und gehen auf Continue. Jetzt können wir noch zwischen verschiedenen Stilen genau wählen, wie die Präsentation aussehen soll. Hier gibt es wirklich alle möglichen Stile in den verschiedensten Farben und Formen, wie man hier sieht. Also hier kann man eben auswählen, was einem am besten gefällt. Hier oben kann man auch noch filtern. Man kann eher die dunklen Präsentationen wählen. Man kann auch hellere Töne wählen. Man kann es eben professionell aussehen lassen oder auch colorful. Ich will in dem Fall einfach mal professionell aus. Und mir gefällt das hier ziemlich gut. Deswegen wähle ich jetzt das aus und gehe auf Generate. Und jetzt sehen wir eben, wie Schritt für Schritt die Präsentation erstellt wird. Und das geht ziemlich schnell. Wir haben jetzt schon die ganzen Slides bekommen. Wir sehen jeweils die Überschriften sind hier dabei. Und auch passende Texte jeweils. Und auch Bilder, die in dem Fall eben KI generiert wurden. Das wurde in allen Folien genauso gemacht. Und es gibt eben nicht nur Texte, sondern beispielsweise wie hier auch Tabellenartige Strukturen. Was auch schön sein kann, weil es eben sich abhebt vom normalen Text. Hier gibt es noch weitere Tabellen bei den Anwendungsbereichen hier. Und wenn wir uns das hier so Schritt für Schritt anschauen, finde ich auch wieder, dass sieht ziemlich gut aus. Ziemlich erstaunlich. Eine wirklich gute Präsentation. Man kann unten natürlich noch Sachen ändern. Man kann beispielsweise neue Dinge erstellen oder zurück zum Prompt gehen und hier noch was ändern. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die ganze Präsentation noch so abzuändern, bis sie eben zu unseren Vorstellungen passt. Wir können natürlich den Text Schritt für Schritt ändern. Wir können ja auch die Größe ändern, die Schriftart etc., die Farben. Man kann Texte unterstreichen. Man kann Texte in Bold schreiben. Man kann bei den einzelnen Karten auch noch das Format ändern. Hier haben wir zum Beispiel das Left Layout, heißt Links ist ein Bild. Wir können das auch zu einem Right Layout ändern. Dann ändert sich hier die Struktur. Man kann die Farbe eben ändern. Mir gefällt in dem Fall eben das Schwarze besser, eben auch weil es einheitlich ist. Wenn einem jetzt dieser Stil hier auch nicht direkt gefällt und man sagt, ich will doch lieber was anderes haben, kann man hier bei den Themes nochmal Beispiele wählen, die eher zu den Vorstellungen passen. Man hat eben die Möglichkeit, auch noch mehr anzupassen. Man kann hier bei Card Templates noch andere Karten hinzufügen. Es gibt unzählige verschiedene Karten, Titelkarten, Karten mit Text und alle möglichen anderen Karten auch. Man kann auswählen, wo die Bilder sind, wo der Text ist etc. Man kann Funnel Text erstellen und wie gesagt, die Möglichkeiten sind hier wirklich unendlich. Man kann bei den Layout Templates beispielsweise noch mehr Tabellen einfügen. Man kann auch Formen einfügen wie Pyramiden. Und es gibt auch weiteres smartes Layout, was man eben auswählen kann und auch Folien hinzufügen kann. Man kann zum Beispiel auch Code und Matheblöcke hinzufügen. Auch ist es möglich, eigene Bilder hinzuzufügen. Man kann die hier hochladen, man kann aber auch Bilder im Internet suchen oder man generiert ganze KI-Bilder, die dann nochmal auf die Präsentation hinzugefügt werden. Das geht natürlich auch mit Videos. Man kann TikToks einblenden, man kann YouTube-Videos einbauen. Ebenso kann man Apps hinzufügen, wie beispielsweise Google Drive, PDF-Dateien oder man kann es auch mit Office verbinden. Wir haben auch die Möglichkeit, insgesamt die Präsentation nochmal zu editieren mit KI. Hier hat man eben seinen persönlichen Chatbot, wo man genaue Anweisungen geben kann und die wird dann direkt umgesetzt von Gamma, sodass eben die Präsentation genau angepasst wird an die eigenen Vorstellungen. Hier gibt es auch schon verschiedene Vorschläge. Und zwar können wir hier zum Beispiel auf Add some emojis gehen. Jetzt wird das eben als Eingabe hier eingefügt. Und jetzt sollte eben auf diese erste Folie hier das ein oder andere Emoji hinzugefügt worden sein. Und das sehen wir hier mit dem Roboter und mit der Glühbirne hier unten. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt kann man eben wählen, ob einem die neue Version besser gefällt oder das Original ohne Emojis. Ich bleibe in dem Fall einfach mal bei dem Design und wähle es Suggested aus. Jetzt ist eben hier das neue Design gespeichert. Und so können wir jetzt eben auch alle Folien durchgehen. Wir können die jeweils aktivieren, indem wir darauf klicken. Und da können wir eben auch hier in die Eingabezelle schreiben, was wir ändern wollen. Und dann wird das Ganze Schritt für Schritt auch hier geändert. Nur mit Hilfe von KI, dank Texteingaben. Wir haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze zu exportieren, damit wir uns die Präsentation auch anschauen können. Ich gehe jetzt mal hier auf Present. Und dann sieht man eben genau, wie die Präsentation aussehen würde. Hier kann man eben alle Folien ganz normal durchgehen. Und ich finde, das ist schon mal sehr solide. Wie gesagt, wenn man das genauer haben will, bestimmte Sachen anders haben will, kann man das ganz einfach ändern, wie wir gerade schon gesehen haben. Wir können die Präsentation hier auch noch teilen mit dem Share-Button hier oben. Das heißt, man kann auch ganze Workspaces erstellen. Man kann das Ganze eben als Link teilen. Man kann es auch exportieren. Und was hier eine spannende Möglichkeit ist, man kann es auch zu PowerPoint exportieren. Falls man also mit PowerPoint weiterarbeiten will. Oder man kann es eben auch als PDF exportieren. Das mache ich in dem Fall einfach mal. Und schon haben wir eben die Präsentation hier als PDF bekommen. Und die könnte man jetzt auch zum Beispiel an andere Leute schicken, etc. Und das ist eben auch sehr einfach möglich, hier mit Gamma das Ganze umzuwandeln. Ich habe es jetzt auch noch mal zu PowerPoint exportiert. Wie gesagt, ist auch das ganz einfach möglich. Und weil viele eben mit PowerPoint arbeiten, ist das eben eine Funktion, um das in das gewohnte System zu übertragen, sage ich mal. Und hier kann man natürlich auch die jeweiligen Folien durchgehen. Man kann das Ganze hier auch noch weiter anpassen. Und eben in dem, sage ich mal, gewohnten Terra arbeiten. Weil die meisten Leute bisher eben Präsentationen mit PowerPoint erstellt haben. Und ich sage mal, um so eine Präsentation hier in PowerPoint zu kreieren, hätte man schon Ewigkeiten gefühlt gebraucht, im Gegensatz zu dem Erstellen mit Gamma. Deswegen finde ich eben, dass es eine wirklich gute PowerPoint-Alternative ist und teilweise sogar schon bessere Funktionen hat. Wir probieren jetzt noch mal das Ganze anhand von Text zu generieren. Eben eine weitere Option, die es gibt, wo man schon von vorgefertigten Text eben eine komplette Präsentation erstellen kann. Hier kann man eben ganz einfach den Text einfügen, den man auf den Slides dann haben will. Ich habe hier in dem Fall eben einen Text eingefügt, der die KI beschreibt. Und jetzt kann man eben wieder auswählen, was man kreieren will. Dokument, Präsentation oder Webseite. Wie eine Präsentation generiert wird, das haben wir schon gesehen. Da würde dann eben jetzt auch dieser Text mit eingebaut werden. Jetzt probieren wir mal die zweite Option hier aus. Und zwar wollen wir ein Dokument erstellen. Und hier gibt es jetzt auch wieder weitergehende Einstellungen. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze kürzer zu machen. Wir können wieder auswählen, wie der Text pro Karte aussehen soll. Ich mache das Ganze auch mal kurz und jetzt kann ich hier wieder auf Continue gehen. Jetzt wird das auf vier Karten verteilt. Analog zu den Präsentationen kann man hier auch wieder ein Design wählen. Nachdem man das gemacht hat, hat man jetzt eben das Dokument bekommen. Ähnelt auf jeden Fall ziemlich der Präsentation. Aber wie gesagt, wir haben jetzt natürlich auch dabei die Daten, die wir eingefügt haben. Also das wurde genau zu dem Thema erstellt, was wir wollten. Jetzt testen wir noch die letzte Option. Das heißt, wir kreieren eine Webseite. In dem Fall will ich eine Landingpage erstellen für eine AI-Consulting-Company. Und ich gehe auf Generate Outline. Jetzt gibt es hier wieder eben die einzelnen Bestandteile von der Webseite. Soweit passt das erstmal. Kann man natürlich wieder persönlich anpassen nach seinem Geschmack. In dem Fall wollen wir auch mal wieder KI-generierte Bilder haben. Und wir gehen wieder auf Continue. Auch bei der Webseite kann man wieder den Stil wählen. Und dann gehen wir wieder auf Generate. Und jetzt sehen wir, wie Schritt für Schritt die Webseite erstellt wird zu unserem Thema. Das heißt, für eine KI-Beratungsfirma. Und auch hier finde ich, es sieht für den ersten Versuch wieder ziemlich gut aus. Wir haben hier eben genaue Texte gegeben, die dazu passen. Auch mit Call-to-Action-Buttons, wie jetzt kontaktieren oder mehr erfahren. Man sieht eben die genauen Dienstleistungen, die man hier anbietet. Auch ein Kontaktformular, was man eben dann noch anpassen kann. An die eigenen Daten etc. Also Webseiten kann man eben auch erstellen mit Gamma. Ist jetzt nicht die primäre Funktion, die ich präferieren würde. Ich finde Gamma am besten für Präsentationen. Eben auch, weil man es als PDF und als PowerPoint exportieren und immer noch weiter bearbeiten kann. Aber es ist auch möglich, Webseiten zu erstellen. Das war jetzt meine kleine Vorstellung zum Tool Gamma. Und wie ich schon öfters im Video erwähnt habe, finde ich, dass es hier wirklich coole Funktionen gibt. Gute KI-Funktionen, um Präsentationen zu erstellen. Und meiner Meinung nach ist das wirklich besser als PowerPoint. Es gibt beim PowerPoint ja auch schon die Funktionen, mit dem integrierten Co-Pilot Präsentationen zu erstellen. Die sind aber bei weitem nicht so gut, zumindest momentan wie Gamma. Hier lassen sich momentan die besten Präsentationen mit KI generieren, mit weitem Abstand. Und deswegen nutze ich das Tool gerne. Und ich kann wirklich auch jedem nur ans Herz legen, es zu probieren. Also ein wirklich spannendes KI-Tool, was auch wirklich hilfreich ist, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest Gamma besser kennenlernen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Kanal freuen. Ansonsten hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dann. Ja.